Was hältst du von Bitcoin ETFs, ETP oder ETN? Wichtig, wer Bitcoin ETFs, ETP oder ETNs kauft, kauft in der Regel ein Finanzprodukt. Ein Finanzprodukt, was je nachdem wie es reguliert ist, anders ausgestaltet ist. ETFs haben den Vorteil, sie gelten als Sondervermögen. Es gibt in Deutschland keine reinen ETFs, das gibt es nicht. Es gibt kein ETF für ein einziges Asset. Das gibt es vielleicht in den USA, noch gibt es auch nichts. Wir haben deswegen hier oft ETPs oder ETNs, also Exchange Traded Nodes oder Exchange Traded Products. Nennt wie es wollt, Finanzkonstrukte, die den Bitcoin-Kurs verbriefen. Oder Indizes über Kryptoassets allgemein. Und am Ende des Tages, wenn ich es gerade für die Anleger sinnvoll, die vielleicht schon ein Aktienportfolio haben, sich in der Finanzwelt normal weiter sicher und wohl fühlen und hier dort über so eine Möglichkeit ihr Portfolio diversifizieren wollen, bei ihrem Depotanbieter bleiben wollen, das Ganze eben in Wertpapieren zu halten. Das hat einen Vorteil, je nach Regulierung, je nach Produkt, kann man eben das Produkt auch dem Sondervermögen zurechnen. Das heißt, das Unternehmen, was das Wertpapier emittiert, wenn das mal pleite geht, ist es egal. Das Geld oder die ETFs, die Gegenwerte gehören trotzdem dir. Jetzt haben die aber den Nachteil, eben Finanzprodukt zu sein. Heißt, hier fällt Kapitalertragssteuer an. Wer Gewinne realisiert, egal wie viele Jahre, der kann nicht davon profitieren, wie bei Kryptowährungen, die man physisch richtig hält, dass man eine Steuerfreitag nach einem Jahr hat, wenn man verkauft. Dafür ist klar, gedeckelt, 25 Prozent Abgeltungssteuer und damit ist der Drops dann auch gelutscht. Es sei denn, man hat noch ein bisschen Keystone, kommt noch ein bisschen was drauf. Es gibt aber neue ETN- und ETP-Produkte, die genau das auch noch verbriefen, diese physische Einheit, diese physische Möglichkeit. Das ist nochmal sehr interessant. In Sonderfällen haben wir auch Artikel bei uns auf der Website zu, aber sehr spannendes Thema. Also ich halte davon erstmal viel, weil es viel hilft, vor allem denjenigen, die sich vielleicht so ihr Portfolio erweitern, diversifizieren wollen. Für diejenigen, die wirklich im Kryptosektor Skin in the Game haben wollen, die sollten ihre Kryptoassets selber halten, in ihrer eigenen Wallet und werden dann erst der Tatsache gerecht, dass eben die Werte in den eigenen Händen liegen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.